Und ein Moinzen zu diesem Audio-Dreiteiler. Der erste Teil jetzt hier wieder, Hoeneß, Verlängerung und das 2 zu 0 ist hier gegen Union Berlin. Und da bin ich auch mal ganz ehrlich mit euch, ist einfach diesmal wieder in drei Stück geteilt. Erstmal, weil ich glaube, dass es recht lange dauern könnte diesmal wieder im Vergleich zum letzten Malen vielleicht, wo ich es ja in eins gepackt habe. Aber eben auch wegen der Brisanz von den Themen plus eben dadurch eben auch, weil es ja wirklich ein Thema, was sich die letzte Woche gezogen hat zum Beispiel. Das, was vor allem im zweiten Video dann kommt mit Aufsichtsrat, Vereinspolitik und so weiter und so fort. Wo dann eben auch gewisse Zeit einfach drin steckt. Also das ganze Zeug zusammenzusammeln, auszusortieren, gucken, wie man da irgendwie eine Struktur reinbekommt, irgendwie sich eine Meinung bildet. Deswegen habe ich jetzt in dem Sinne hier mal, das wird dann drei Stück geteilt. Mir ist rausgenommen, das in drei Videos zu verteilen, statt einfach in eins reinzuquetschen. Deswegen hier wieder drei Teiler. Wie gesagt, erster Teil ist jetzt Hoeneß-Verlängerung und das 2 zu 0 gegen Union Berlin. Gehen wir direkt rein in das Thema Hoeneß, weil das kam ja noch vor dem Spiel gegen Union Berlin. Einfach am Freitagmorgen. Big News, schrieb der VfB mit schönem kleinen Video von seiner Antrittsrede, dann Klassenhalt geschafft und so was jetzt eben aktuell auf Platz 3, was ja der komplette Vollwahnsinn ist. Ein richtig, richtig großes Ding. Hoeneß 2027 verlängert. Vertrag war bis zu 25 noch datiert. Auch interessant, auch wichtig. Co-Trainer David Kressidlo hat ebenfalls bis zu 27 unterschrieben. Bleiben alles zusammen. Sebastian Hoeneß und Kressidlo. Und ja, was soll es zu Hoeneß noch sagen? VfB schreibt sich ja auch. 63 Punkte in 32 Spielen unter Sebastian Hoeneß. Also in der Bundesliga gehe ich mal davon aus. Und das ist der Wahnsinn. Also wir haben mit Hoeneß einen überragenden Trainer, der schon von Tag 1 an, allein von dem, wie er sich eben ausdrückt, wie er wirkt und alles, wirklich ein gutes Gefühl gegeben hat. Klar, damals auf Platz 18 übernommen. Pokal reingestartet. Sieg in Bochum. Dann danach bis direkt eigentlich das 3-3 gegen Dortmund gewesen sein, glaube ich. Also auch mit ein paar coolen Spielen direkt reingestartet. Von dem her guten Start gefunden. Uns irgendwie drin gehalten, was ja auch ein halbes Weltwunder war. Auch wenn Umweg-Relegation war. Aber dass wir die noch geschafft haben, war schon gut genug. Und dann ja den HSV da locker abgefertigt. Die müssen sich wahrscheinlich am meisten verarscht fühlen mittlerweile. Auch von dem System Relegation, seien wir mal ganz ehrlich. Dass die jetzt hier weiter strugglen, auch Trainerwechsel hatten und sowas. Und jetzt gerade auch wieder nicht so ganz danach aussehen, als würden sie aufsteigen. Und halt dann noch vor einem Jahr quasi jetzt noch ein bisschen weniger. Aber eben letzte Saison gegen uns zocken mussten. In der Relegation, die jetzt gerade hier komplett durchschießen. Und der Weg vermutlich in die Champions League führt. Also es war ein kleiner Ausflug hier gerade an der Stelle zum Thema Relegation oder Systemrelegation. Für mich ist der VfB ein besonderer Klub. Hat er ja schon damals gesagt. Höhn ist beim Amtsantritt. War ja Jugendspieler und mit VfB U17 deutscher Meister geworden und sowas. Und hat nun weiter dazu noch gesagt, ich freue mich, meinen Vertrag beim VfB vorzeitig länger zu haben. Wir haben es gemeinsam geschafft, den VfB auf einen guten Weg zu führen. Das Ziel muss sein, diesen Weg nachhaltig zu beschreiten. Um den VfB wieder dauerhaft in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren. Es hat von Anfang an Spaß gemacht, mit dieser Mannschaft und dem Trainerteam zu den gesamten Staff zu arbeiten. Und diese fantastische Unterstützung unserer Fans zu erleben. Nicht zuletzt haben mich die konstruktiven Gespräche mit Alex Werle, Fabian Mürgemuth und Christian Gentner zu bewogen. Meinen Vertrag vorzeitig zu verlängern. Der Ausfluss in uns ist von Vertrauen und Wertschätzung geprägt. Mein Fokus ist nun mehr denn je auf die entscheidende Phase der laufenden Saison gerichtet. Schöne Worte. Gutes Gefühl auch für uns Fans, glaube ich, wieder. Auch Werle und Wurge wird natürlich mit schönen Aussagen. Werle jetzt hier, Hönes und der VfB passen hervorragend zusammen. Hat als Jugendspieler das Trikot mit dem roten Brustring getragen. Verbundenheit zum Verein, zu den Menschen in der Region ist deutlich zu spüren. Die sportlichen Aussichten waren alles andere als Russisch, als er angefangen hat. Das Potenzial hat immer und das Potenzial geglaubt von der Mannschaft, vom Klub und so weiter. Richtige Dinge auf den Weg gebracht. Groß Engagement. Überzeugter Teamplayer wird hier bezeichnet. Loyalität, Bescheidenheit, Ehrgeiz. Einfach top. Auch Chris Hidlow nochmal hervorgehoben, dass es auch wichtig ist, dass er auch mit drin ist in der Vertragsverlängerung logischerweise. Und Wurge mit auch. Da ist der erste Satz eigentlich ziemlich geil. Ich kann es ohne Umschweife sagen, die vorzeitige Verlängerung des Vertrages mit Sebastian Hoeneß ist für unsere weitere sportliche Entwicklung von derartiger Bedeutung wie aktuell keine andere Personalie im Verein. Genau das ist es. Schöner erster Satz von Wurge mit hier im Statement. Genau das ist es. Auch er sagt, Teamgedanke und so Geschichten, sportliche Zukunft war schwierig, als er kam und so weiter. Sportliches Konzept, sportliche Perspektive neu gegeben, Entschlossenheit und so weiter. Schöne Aussagen, wirklich feel-good-Feeling einfach, muss man ja sagen. Thema Wohlfühle ACV auf B. Und eben auch, dass das einfach kam, einfach nur am Freitag kam. Die Berichte waren ja oft da, dass vielleicht irgendwann das gesprochen wird. Sollte ja eh klar sein, aber dass gesprochen wird und dass man hofft, das schon vor Saisonende hinzukriegen. Und auch eben mit dem Thema, Bayern sucht einen neuen Trainer. Vielleicht sucht Leverkusen einen neuen, wenn Alonso geht. Dortmund sucht vielleicht einen neuen Trainer. Liverpool sucht einen neuen Trainer. Diese ganzen Geschichten, der Trainermarkt ist ja mehr oder minder so spannend, wie lange nicht mehr im Sommer. Auf jeden Fall, vor allem eben in diesen großen Positionen und ewig irgendwelche Gerüchte gestreut. Und ach, vielleicht doch die Bayern, ach, vielleicht doch nicht. Und dann einfach mal zack, Freitag früh, vor dem Heimspiel, auch noch natürlich perfekt, am Tag vom Heimspiel morgens zu sagen, ey, unser Trainer bleibt nochmal zwei Jahre. Natürlich richtig, richtig geil, habe ich ja auch schon dann im Intro vom Audio-Flog, glaube ich, gesagt gehabt. Deswegen überragend, 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 diese Vertragsverlängerung. Und ja, das ist hier wirklich auch die Kurzfassung. Man kann kaum glauben, dass Hoeneß nur elf Monate gebraucht hat, um aus den Parbellen letzten eine der besten Mannschaften der Bundesliga zu machen, trotz prominenter Abgänge, schreibt der Vertikalpass. Das ist ja auch völlig richtig. Und er reiht sich natürlich auch ein, Sebastian Hoeneß, in weitere, in die vielen Verlängerungen aktuell. Also, Ito, Mio, Anton, Stenzel, Führig, Rouault und jetzt eben Hoeneß. Also, Rouault ist schon in dem Sinne eine Verlängerung, aber eben einfach die Kaufoptionen oder die Kaufpflichtern in dem Fall. Das ist brutal stark. Wie gesagt, mir gefällt vor allem das sehr, sehr gut von Wohlgemut dieser Satz. Der fasst es eigentlich wirklich perfekt zusammen nach dem Motto, Das ist halt wirklich die Personalie aktuell im Verein, die wichtigste aktuell im Verein, würde ich auch so zustimmen, sag ich mal. Vor allem eben auch schön, dass eben auch mein Trainerposten wieder so ein Ansehen hat, so eine Wichtigkeit hat. Das ist immer der Klassiker, wenn es irgendwie scheiße läuft, wird schwer, bis nicht umsetzbar, einfach mal kurz elf bis 15 Leute auszutauschen im Sinne von den Spielern. Dann ist eben immer der Trainer dran. Und da eben nochmal diese Wichtigkeit auf ihn zu legen, auf den Trainer zu legen, finde ich sehr wichtig und sehr wertschätzend und eben auch völlig richtig. Hier Transfermarkt.de ist jetzt auch nochmal Korb für den FC Bayern. Hier eben auch nochmal Punkteschnitt 2,03. Ich weiß gar nicht, auf was das jetzt bezogen ist, ob das auf seine Zeit komplett bis hierhin bezogen ist. Ich glaube schon, also auch Pokalen mit drin, so Geschichten können auch nur diese Saison sein. Ist auf jeden Fall immer irgendwo rund um 2,0 Punkte pro Spiel. Das kann man, glaube ich, festhalten, was auch absolut überragend ist. Das ist ein richtig, richtig krasser Punkteschnitt. Und ich meine, gut, sieht man ja auch, die Lorbeeren, die wir jetzt gerade da haben und die Früchte, die wir davon gerade ernten. Auf Platz 3 ist klar mit so einem Punkteschnitt. Und was man auch da nochmal sagen muss, ist auch sehr, sehr geil eben, dass das der VfB zuerst gebracht hat. Klar, Berichte waren da, man spricht und man hofft und hier und da und so ist ein Zeitplan. Und dass der jetzt einfach zack auf den Freitag vor Union noch sagt, hier, Verlängerung zwei Jahre, let's go. Das kam aus dem Nichts. Und das ist auch nochmal sehr, sehr geil. Und auch das zeigt nochmal die guten Gespräche oder eben das generelle gute Umgehen da beim VfB mit der Thematik. Und eben mit den, ja, drei, vier Leuten, die es wahrscheinlich am Ende des Tages sind, die dafür hauptsächlich verantwortlich sind für diese Verlängerung. Die miteinander gut gearbeitet haben, nichts nach außen gekommen, sehr, sehr stark. Und damit war es auch wirklich eine Überraschung, was auch natürlich nochmal den Effekt nochmal hochgehoben hat von dieser Verlängerung. Klar, auch das müssen wir nicht totschweigen. Wurde noch nirgends berichtet, aber ist natürlich alles vollkommen im Rahmen, dass es sein kann, dass da irgendwie eine Ausstiegsklausel drinstehen hat. Wie gesagt, ich gehe jetzt im Sommer auf jeden Fall davon aus, auch eben nach der Verlängerung, und da komme ich auch nachher, glaube ich, nochmal kurz zu, im zweiten Video müsste es dann sein mit dem VfB-News, dass ich gerade keinen Grund sehe, warum man da jetzt irgendwie nicht, ne, Thema Früchte ernten, die man, ja, sich quasi gesät hat mit dieser Weltklasse, mit dieser Weltklasse-Saison, mit dieser unglaublichen Entwicklung, sehe ich keinen Grund, warum Hündnis sagen, ich habe verlängert und so Geschichten, aber ey, hier habt ihr eine Ausstiegsklausel drin, 10 Millionen, ich gehe im Sommer doch, sehe ich nicht, also Hündnis bleibt auf jeden Fall, da bin ich mir wirklich sehr, sehr sicher, dass er im Sommer überhaupt keinen Weg irgendwo wegsucht, plus eben, da wo ich eigentlich drauf hinaus, wie gesagt, auch später nochmal vielleicht im zweiten Videoteil, warum denn auch, ne, warum denn auch, so, warum soll ich jetzt ums Verrecken, keine Ahnung, zu den Bayern gehen, zu irgendwem gehen, nur weil der Verein vielleicht einen Tacken größer, als wenn die vielleicht da einen Euro mehr verdienen, wenn ich gerade mit dem fucking VfB Stuttgart von Platz 18 durch die Scheiße bin, Relegation bin und jetzt sogar, wir aktuell und wir hoffen darauf, dass es so bleibt, ne, aber das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, ähm, Champions League spielen, warum soll ich als Spieler sagen, ja, ne, ne, das ist nicht attraktiv, ich gehe jetzt im Sommer irgendwo hin, weil wenn ich jetzt gerade Spieler wäre beim VfB, würde ich bleiben und sagen, ey Jungs, wir haben hier Unfassbares erreicht, jetzt zocke ich mit euch auch mal mindestens eine Saison diese Champions League und guck mal mal, was wir da reißen können, ne, wie gesagt, das ist halt ne Fansicht, ne, also gibt natürlich nicht die Fußballfunktionärssicht, aber so aus dem Ding raus und auch da, selbst wenn einer drinsteht, dann soll es halt drinstehen, dann sollte eine Aussichtsklausel drinstehen, mir egal, das wird so mittlerweile Gang und Gebe sein, ist ja bei den meisten Verträgen so, Spieler, Spieler, äh, von der Spielerseite her, ähm, so wird noch nichts berichtet, vielleicht kommt das noch irgendwann, aber wenn das wieder sowas ist, ne, weil auch bei Alonso ja auch, wenn es dann heißt, jo, da steht eine Aussichtsklausel drin, wenn, was weiß ich, irgendwer 15, 20 Millionen zahlt, im Alonso-Fall, was sind es, glaube ich, die Zahlen, ja, dann steht ja beim Hönes, was weiß ich, von mir aus drin, wenn irgendein Verein 10 Millionen zahlt, kann er ihn rauskaufen oder wenn irgendein spezifischer Verein, ne, vielleicht irgendwie Top-3-Verein oder whatever, gibt es ja auch immer noch Spezifizierungen teilweise, ähm, dann, ja, kann er uns, kann er für 10 Millionen rausgekauft werden, dann ist es halt so, ne, dann ist es halt so, also da brauchen wir uns auch, glaube ich, nichts vormachen, wenn diesen Weg weitergeht, wenn du nächstes Jahr wieder mit Hönes eine richtig, richtig starke Saison spielst, ähm, dann wird das Begehrlichkeiten wecken, und dann natürlich je nachdem, wie krass er unsere Entwicklung sieht, wie krass er die Chance sieht, dass wir irgendwo, ähm, ja, das wirklich über Jahre hinbekommen, wie das mit dem Rückhalt aussieht, ne, Spieler, Kader, wie man da aufwerten kann, wie man sich da, ne, kann ja auch alles sein, ne, im absoluten Best-Case zockst du die nächsten 2-3 Jahre wieder, europäisch, Champions-League und so weiter, und dann kann es natürlich sein, dass Hönes sagt, ey, komm, warum nicht, Herzensverein, bleibe ich halt hier, aber wenn man jetzt, ja, auf Dauer sieht, wenn sich Hönes weiterhin als das Trainertalent rausschätzt, dass er ja scheinbar aktuell absolut ist, ähm, dann, ja, wird das Begehrlichkeiten wecken, und dann kann es gut sein, dass irgendwann ein großer Verein kommt, aber wenn es dann heißt, jo, gut, dann geht er halt im Sommer 25, im Sommer 26, weil ihn irgendwer für 10 Millionen rausgekauft hat, dann ist halt so, das ist halt Fußball, dann haben wir immerhin ordentlich Kohle bekommen, ähm, deswegen Vertrag bis zur 27 ist sehr, sehr wichtig, ein sehr, sehr starkes Zeichen, und ich bin jetzt schon so dermaßen Hype drauf, werde ich auch nochmal dann gefühlt in Dauerschleife reinziehen, vor dem Gladbach-Spiel dann, diese Szenen mit der Stimmung, und mit Hönes, äh, vor der Kurve gegen Augsburg da, ähm, ja, letzter Spieltag, letztes Spiel vor, vom, vom Jahreswechsel, mit eben dieser Stimmung und so weiter, Hönes auf den Zaun, und dann eben seinen Spruch, jo, ich komm auf den Zaun, wenn wir es erreicht haben, werde ich gefühlt in Dauerschleife angucken, dann bevor es ins Stadion geht, gegen, gegen Gladbach am letzten Spieltag, und er dann, weil wir was erreicht haben, wer denn, ähm, auf den Zaun kommt, das wird, das wird Gänsehaut pur, das wird ganz, ganz groß. Dann kommen wir zum Spiel, das gefolgt hat, auf die Verlängerung, zeitlich auch gesehen, nämlich am Abend war es gegen Union Berlin, 2-0 Heimsieg, auch wie hier immer, äh, der Hinweis, ne, ihr habt die, die, meine Stimme zum Spiel, sag ich mal, oder mein Spielfazit, habt ihr ja schon, äh, seit längerem online mit drin, in dem Audio-Stadion-Vlog, also da wie immer mehr noch zum Spiel, auch natürlich zeitlich sehr nah am Spiel, ne, direkt quasi mehr oder minder erste, erste Reaktion, und was ich mir im Stadion so notiert hab und sowas, deswegen da natürlich jetzt mehr, oder da, da drin mehr zum Spiel, großartig als jetzt, sag ich mal, ähm, 2-0 gewonnen, Gerasi hat getroffen, führe ich mit einem absoluten Traumtor, Traumtor-Schlenzer, 2-0, ähm, schön am Freitagabend, davor gab's, äh, eine kleine Choreo vom, äh, CC, mit, äh, ja, eine Fangruppe, Fanszene von Saint-Étienne, was er tatsächlich auch schon seit sehr, sehr langer Zeit da ist, glaub 10, 10 Jahre plus hieß es dann irgendwann mal, und auch sehr cool, was er übers Wochenende noch kam, ähm, das war auch dann bei Saint-Étienne so, auch dort gab hier Magic-Fans und Kommando Cannstatt, gab's zusammen eine Choreo, sogar noch größer, quasi über die gesamte Kurve von denen hochgezogen, so ein Tifo, wie man's ja nennt, ähm, also das auch sehr, sehr cool, also in beiden Stadien gab's die Aktion, ähm, was nicht so cool war, Anthony Rowe musste runter, wurde von Anton dann ersetzt, ähm, ja, ja, das ist ein Kieferbruch geworden, das klingt überhaupt nicht geil, ne, Bruch des Unterkiefers klingt alles andere als geil, ähm, und fehlt jetzt eben auch noch, ne, die nächste lange Verletzung, also natürlich nicht so lange wie bei ihm, wie bei Zagadou, aber eben die zweite Innenverteidigerverletzung, vier bis sechs Wochen wird er der Mannschaft fehlen, ähm, das heißt, erst irgendwann im Saisonendspurt, dann wirklich richtigen Endspurt, kommt er zurück, ähm, und da nochmal muss man sagen, es ist jedes Mal wieder aufs Neue, geil, wie dieses nach all der Scheiße, jetzt auf die Reise, Shephot im Stadion, und das wird auch wirklich nicht langweilig, ne, das ist echt krass, vielleicht ein oder andere Fan gesagt wird, vielleicht irgendwann mal langweilig, oder, ja, arg wiederholt, wenn man das irgendwie gefühlt zehnmal am Stück brüllt, das kannst du wirklich, das kannst du von mir aus gefühlt 90 Minuten durchsingen, das wird, das wird aktuell nicht langweilig, das ist absolut Weltklasse, ähm, und da auch, da muss man sagen, wie gesagt, viel zu dem Spiel schon gesagt, im Fazit direkt nach dem Spiel, ähm, aber es war nicht das Spektakel, es ist nicht das überragende oder irgendwie besondere oder wie auch immer, sondern einfach abgezockt Woche für Woche die Punkte sammeln für eben aktuell sogar Champions League, ähm, die Entwicklung ist halt aktuell tatsächlich da, ähm, so in der Hinrunde oder sowas war es von mir aus noch öfter, ja, überragend oder eben auch für uns einfach auch von der Art und Weise überraschender, wie gut wir spielen und sowas, jetzt mittlerweile so ein Sieg gegen Union zu Hause, Sieg gegen Mainz zu Hause, gut, gegen Köln hat es nicht geklappt, aber auch da vom Grundsatz her, ähm, ja, das sind halt fast Normalität geworden, das ist auch was, wo man sich so ein bisschen dran gewöhnen muss, natürlich auch da im Sinne von, hat man auch schon mal ein paar Mal angesprochen, will ich gar nicht größer machen jetzt, aber, ähm, auch Thema Stimmung und, ne, wie man Vollgas gibt auch als Fan oder wie man Spiele sieht als Fan, muss man ein bisschen aufpassen, das nicht zu schnell zu sehr Normalität werden zu lassen, auch im Kopf, ähm, ist auch schwierig, äh, finde ich, finde ich auf jeden Fall, aber es wird halt wirklich mittlerweile sportlich halt einfach immer normaler, dass du solche Spiele ziehst, ne, wenn man solche Spiele eben gewinnt, ohne jetzt überragend zu sein, das war jetzt kein Weltklasse-Spiel von uns gegen Union, aber es hat halt einfach so, absolut gereicht, um wieder 2 zu 0 zu schlagen, ähm, und auch das ist eben der Weg des Erfolgs, der Lohn des Erfolgs, die Entwicklung in so einer Saison, ähm, und eben auch eine Entwicklung, auch darauf mal ganz positiv hinaus, die eben absolut dann in sowas, in sowas endet, in so eine Richtung geht wie Champions League und so weiter, ne, weil wenn du solche Spiele ziehst, deine Punkte holst, gefühlt nicht mehr irgendwie wackelst, ja, dann holst du eben Punkte, wie gesagt, ne, logischerweise, und dann bist du irgendwann da ganz oben und bleibst auch da oben, ne, ähm, auch für die, die FIFA zocken, aktiver vielleicht als ich, auch wenn ich die Karte hab, aber aktiver als ich auf jeden Fall, gibt's wahrscheinlich viele, die es, die, die es tun, führe ich, natürlich, der kriegt auch seine, seine Werte hoch, weiß ich gar nicht, ob er das schon getan hat, wie gesagt, da bin ich nicht, nicht, nicht aktuell genug, aber hat er seine, so eine schöne, äh, SBC-Karte bekommen, ähm, ähm, und da gibt's jetzt wohl zwei Ratings obendrauf, weil VfB gewonnen und er ja auch getroffen, ähm, ja, und da jetzt am Ende auch nochmal, ich hab's ja gerade angesprochen, bevor jetzt gleich nochmal, wie immer, zu den Daten kommen zum Spiel, ist nochmal kurz das Thema Schwelgen, Genießen, Wohlfühloase, weil Freitagabendspiel kommt ja schon ein bisschen in die Richtung, ne, Abendspiel eben, ne, diese, dieser Flutlichtfaktor, die Beleuchtung und so weiter, dann eben jetzt auch dann ab Heidenheim ausverkauftes Haus, noch nicht ganz gegen Union natürlich, ähm, aber vom Ding her, jetzt auch in meinem Beispiel eben, natürlich nicht jeder, ist ja klar, aber in meinem Beispiel eben, dürfte die, die Chance recht hoch sein, dass man Dauerkarten mäßig und sowas, ähm, natürlich auch für jeden anderen eine Dauerkarte hat, außer vielleicht im Stehbereich, wenn das in Sitzplätze umgewandelt wird, dann haben vielleicht da ein paar die Arschkarte gezogen, aber das muss man alles abwarten, auf mich gar nicht hinaus, aber im Sinne von, es besteht halt so dermaßen die Wahrscheinlichkeit, dass man wie jetzt am Freitagabend gegen Union Berlin bei Flutlicht, wie gesagt, für die die Dauerkarte haben, wie in meinem Fall eben, oder irgendwie halt irgendwer irgendwo, ähm, in diesem Stadion steht und die Champions-Eakhymne hört. Das ist, das ist unglaublich. So, das sind so Geschichten oder so Gedanken, wo man wirklich gefühlt beim dran denken alleine schon Gänsehaut bekommt, weil, Junge, weißt du, seit Jahren bist du dabei, das ist ja genau das Thema von, das ist ja quasi das, das Ausschweifen oder Längerziehen von dem, nach all der Scheiße geht's auf die Reise, ne, ist auch, ist mir auch klar, aber, das ist halt wirklich scheiße gefressen seit Jahren, seit Jahren, und jetzt ziehe ich da einmal mal den Direktvergleich, das ist jetzt eben bei mir als Beispiel, das ist ja bei vielen anderen genau das Gleiche, ähm, aber du hattest halt, innerhalb von einem Jahr, Junge, stehst du halt, oder innerhalb von anderthalb Jahren dann, oder wie auch immer, wenn wir in die neue Saison reingehen, hattest du halt quasi die gleichen Plätze, stehst auf dem gleichen Platz, ne, guckst das Spiel aus dem gleichen Winkel, und so weiter und so fort, bei den gleichen Leuten auch meistens dann in den Reihen und sowas, nur Thema Dauerkarte und sowas, ähm, ja, mit denen du noch letztes Jahr, jetzt quasi vor einem Jahr oder so, dir 0 zu 1 gegen Wolfsburg, 0 zu 2 gegen Bremen, und so einen absoluten Vollmüll angeschaut hast, und halt ein Jahr darauf, anderthalb Jahre darauf, wenn man den Sommer noch vergehen lässt, und eben aufs erste Spiel dann wartet, steht man auf dem selben Platz, mit denselben Leuten, mit dem selben Blick, und guckt sich einfach ein Champions-League-Spiel vom VfB an, das erste seit über 14 Jahren, das ist halt einfach wirklich ein unglaubliches, sicherer Gedanke, und also, hätte man sowas irgendwie kommen sehen, oder sowas prognostiziert vor der Saison, oder wie auch immer, auch das Thema Nationalspieler, was nachher noch kommt in den nächsten Videos, dann wäre, da wäre es ja eingewiesen worden, du wärst ja wirklich irgendwo eingewiesen worden, und irgendwie, ja, hättest du wahrscheinlich psychisch Beratung suchen müssen, wenn du solche Gedanken gehabt hättest, dass der VfB-Saison Dritter wird, und eine grandiose Saison spielt, Nationalspieler stellt noch und nöcher, das ist der komplette Vollwahnsinn, und jetzt muss ich irgendwie diesen, bisschen diesen Cold Cut machen, nämlich zu Daten, zu Daten, Fakten, Statistiken, ihr kennt den Klassiker, hier nochmal zum Ende vom Spiel, wie immer, alles schon im Podcast da drin, seit gestern Donnerstag 16 Uhr, hoffentlich schon gehört, und auch wie immer, ich habe natürlich hier viele Daten davon drin, aber nicht alle, also wer alles von diesem Einspieler hören will, die dann netterweise machen darf, ja, in den Polkantstadt reinhören, ne, 2-0 gegen Union, das heißt, wir haben das auch schön, weil ich glaube, ich bin nicht der Einzige, aber ein paar haben eben dann auch Union so ein bisschen gefressen, wie gesagt, mich eingeschlossen, Relegationsgegner von 2019, dies, das, solche Geschichten, und jetzt einfach diese Saison gegen Union, dreimal gespielt, dreimal gewonnen, alles ohne Gegentor, 3-0 bei Union, 1-0 Pokal, 2-0 Liga, das kommt schon sehr gefährlich, das tut schon sehr, sehr gut, jetzt sind wir auch wieder sieben Spiele in Folge ungeschlagen, neuer Rekord unter Hoeneß während seiner Amtszeit, jetzt sind wir auch wettbewerbsübergreifend, seit zehn Partien zu Hause in Heimspielen ungeschlagen, und, ho, vorhin Thema gewesen, da kam Anton dann rein, aber, Anton war ja nicht ganz fit, nicht in der Startelf gewesen, und das war tatsächlich das erste Mal, nach 63 Spielen, Alter, seit 63 Spielen, dass er nicht in der Startelf war, also fast zwei Jahre, das ist komplett krank, damit endet die aktuell längste Dauerbrennerserie von einem Feldspieler in der Bundesliga, Gerasi traf auch wieder zur Führung, schon zum siebten Mal die Saison, und Vereinsrekord ist Gomez, 2006, 2007, achtmal, also nur noch einmal mehr, hat es den egalisiert, wenn Gerasi noch zweimal zur Führung trifft, hat er, ja, in der Geschichte vom VfB, ja, am meisten zur Führung getroffen, zum 1-0 getroffen, ähm, bei den Schwaben, 20 Punkte und fast 30 Tore Abstand sind jetzt auf Platz sieben, seien wir mal nachher kommen, weil es ist ja eben Hoffenheim, und das noch bei siebenundzwanzig zu vergebenen Punkten, ne, zwanzig Abstand, dreißig Tore, heißt quasi 21 Punkte, siebenundzwanzig noch zu vergeben, es, ich hab's mir hier noch formuliert, als könnte, aber es wird bald rechnerisch durch sein, dass wir auf jeden Fall international spielen, ich sag da eben in Bezug auf Platz sieben, also auf Conference League, ähm, aber auf jeden Fall international, in welches dann das geht, ist die andere Frage, aktuell ist ja wie gesagt tatsächlich das Thema Champions League, und auch das, ne, zum selben Zeitpunkt letzte Saison, war Dortmund mit 53 Punkten, die wir jetzt ja auch haben, auf Platz 1, ne, auf Platz 1, also wir spielen hier wirklich eine quasi meisterschaftswürdige Saison, wenn man das so vergleicht, und auch da der Vergleich, ich hab vorhin schon geschwelgt, ähm, was man sich für Spiele reingezogen hat, und dann eben, ja, quasi ein Jahr, anderthalb später könnte man auf dem selben Platz Champions League gucken, letztes Jahr, nach 25 Spieltagen, also zum selben Zeitpunkt, waren, hatten wir 20 Punkte, und waren auf Platz 18, ne, das ist, das ist ein Brett, das ist ein Brett, das ist eine Entwicklung, die auch, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht tief genug drin, da haben wir ja nicht tief genug mit beschäftigt, es gab bestimmt auch schon andere kranke Geschichten, also, Themen wie Aufstieg, und danach Meisterschaft und sowas, aber in, in, in näherer Vergangenheit ist das ja eine Entwicklung, die seinesgleichen sucht, das ist ja komplett absurd, ähm, 1,03 zu 1,01 expected goals waren es am Freitag, Thema nicht mehr überragend, nicht mehr über, nicht mehr irgendwie besonders oder so, aber eben Spiele abhaken, ähm, 66% Ballbesitz hatten wir, Union 34, dritter Platz aus den 5 Spielen wurde es in den Pässen, ähm, wie gesagt, im Vergleich zu den 25 Spielen des VfB bisher, waren eben die Pässe in dem Spiel der dritthöchste Wert beim VfB bisher, 838 gespielt, beim Ballbesitz übrigens 66% Ballbesitz waren der vierthöchste Wert aus den 25, zweithöchster Wert hatten wir in der Passquote, 90% Passquote hatten wir gegen Union, Union hatte 81, also auch gar nicht so verkehrt, ähm, kurios wurde es in der Laufleistung, ähm, weil Union war ja dann gegen Ende, ich glaube 20 Minuten lang oder sowas waren die in Unterzahl, ähm, und wir haben einfach endes Tages in der Bundesliga, wie sie Bundesliga listet, die gleichen, die gleiche Laufdistanz, 190,1 Kilometer auf beiden Seiten, 215 Sprints, ähm, von uns, Union ein bisschen weniger, tritt niedrigster Wert eines VfB-Gegners bei Union mit 181, ähm, 92 zu 89 gewohne Zweikämpfe von uns, also für uns pro mit drei Stück mehr, ähm, 7 zu 15 begangene Fouls, damit Union, wie zu erwarten war, ähm, deutlich mehr gefoult als wir, und auch da von den Daten, auch aus den Daten raus, ne, wenn man mal guckt, da steht ein 2-0 da, ähm, ist das genau das, was ich auch vorhin schon angesprochen habe, VfB ist halt dort angekommen, wo man nicht mehr in jedem Spiel überragen muss, aber eben durch solide Leistungen, die man solide abruft, standesgemäß einfach seine Punkte sammelt, ne, und damit sind wir am Ende angekommen von dem Part, ähm, gerne alles in die Kommentare, was ihr zu, äh, zur Höhenesverlängerung, zum Spiel und so weiter, äh, am Start habt, eure Gedanken, und wie gesagt, nächstes Video geht dann weiter mit, ja, dem Spiel der schwierigen Thematik, Aufsichtsrat, Vereinspolitik, ähm, auch dann noch die VfB-News, äh, der Mischmasch daraus ist da noch mit drin, deswegen da gerne weiterklicken, die Dreier-Serie hier durchgehen, ähm, wie immer auch gerne kostenlos Like und Abo da lassen, auch ganz klar Geschichte, bedankt fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik